So, hier stehen wir dann meine liebe Freunde und Freunde von den Heiligen Heilen der Senatsverwaltung für Soziales und der Senatsverwaltung für Arbeit und Integration. Hopp, 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 Mieten, Stopp! Okay, und für alle, die eben es nicht geschafft haben, nochmal unsere Lieblingsparole mit Bewegung. Hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete, hoch mit den Löhnen, aber bewegen! Hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete, hoch mit den Löhnen, runter mit den Löhnen, runter mit der Miete, hoch mit den Löhnen, da kann dich jeder zu bewegen! Hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete, hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete! Hoch mit den Löhnen! Und bewegen! Wie sollen wir diesen Kampf gewinnen, wenn das nicht mal das klappt? Ja, jetzt aber Ende dieser wunderschönen Demonstration. Vielleicht noch ein paar Worte von uns dazu. Die Ignoranz dieser Parallelgesellschaft in Rathaus und Regierung, die zwingt uns dazu, unsere Forderung hier auf die Zwarze zu tragen. Die SPD von Frau Kohler, die auch in diesem Haus sitzt, die feiert in diesen Tagen tatsächlich Hartz IV! Und das Brrschloch, das andere Mal sage ich nicht, Müntefering, der verlangt keinen Dank dafür! Das wollen wir auch nicht, für den haben wir Verachtung und Hass! Unsere Hauptforderungen, die wir da vorne sehen, die lassen wir hier stehen, die ich es ja nicht geschafft habe, um zu empfangen. Und vielleicht, wenn ihr die nicht gelesen habt, leuchtet die, das Top-Center muss die DDR eigentlich übernehmen. Sofortiger Stopp für alle Zwangsumzüge, für eine soziale Wohnraumversorgung, mit dem zahlbaren Bieten, auch in der Insta. Schuhe mit Kaffeln rein, um zwei Arbeitsplätze, kein Schuhen lohnt unter 10 Euro. Keine Wahlkampflosigkeit, sondern die sicheren Grundlagen für ein Würdepolisleben. Und wir noch erinnern können, was das sein kann. Sowohl die Schaffung der Bieten für 4 Euro Geld, die Parallelüse aus der Regierung und Parlament muss endlich annehmen. Und eine sehr wichtige Forderung. Keine Polizeieinsätze gegen mich in den Proteste. Und natürlich auch. Proteste und Schatz und Schüßigkeiten eingefutschen. Aufmerksamkeit aller Lager bleiben für alle. Und ganz grundsätzlich schluss mit der rassistischen Ausbrechung, nicht nur auf dem Wohnungsmarkt. Das betrifft alle Einwanderer und auch alle Flüchtlinge. Das sind unsere Forderungen, die wir hier lassen, damit der Herr Senator und dem Rechtsradikaler Stolzsekretär und die Frau Senatoren sich das vielleicht bei 20 mal arbeiten konnten ansehen können. Wir haben heute eine ziemlich wachvolle Demonstration hier hingelegt, obwohl so viele andere Sachen in der Stadt gerade laufen. Wir sind auf jeden Fall über 1000, nicht weit über 1000 Leute hier verteidigt. Wir haben heute eine ziemlich wachvolle Demonstration hier hingelegt, obwohl so viele andere Sachen in der Stadt gerade laufen. Wir waren nun im Grunde, was wir an der Bayern jetzt gesehen haben. Das beginnt im Grunde. Es sind die neue Unserung, die dort ist oder dort ist nun über 41 Organisationen, die hier beitreten. Ich lese einfach mal kurz vor. Copy & Co. Kürtchen Spohr. Leilie. Die Enkel. Grüne. Die DKP. Die Kürtchen-Deutsch. Freiburg-Universitätsüberleber. Amadoforo. TITIC. Die Niedergemeinschafts-Vorundersprache. Die Landesarmutskonferenz. Wieter-Institut-Universitätskonferenz. Die Balisanen-Kannter. Die Interbrigadas. Peter Paltzür. Die Kiebs- und Teamgruppe. Donau-Wunder-Kiebchen in der Bibel. Der Fomodan. Der Acker-Wohnsturm mit Kind. Dem gehört Kreuzberg. Dem gehört Murmied. Zweigschule Kreuzberg. Köpki 137. Bei Zoförerung von Migranten. Die Metraler-Moschee. Erwerbsfunde-Elite-Sprache. Erwerbsfunde-Sprache. Und, 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 und. Wien. Wien. Das ist schonmal großartig. Wer baut! Wie, die Kiebs-Vorundersprache. Ja, aus dem Verhof habens. Wiedere. Wiedere. Wir führen nach uns ab. Wiedere. 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 Was ist das ... Giust? Ne? Wir haben das immer wieder gesehen? Ich bin gib ein ... Was ist, was Sie das machen? Wiedere. Was ist, was Sie das machen? Aber ganz im Gegenteil, hier ist die Jungen 18 Prozent nicht ab. Ausgerufen haben wir dazu, ob wir alles geschafft haben, dieses Wunder vor der Gründung, die Schweden, und das ist als erstes kein Anfang. Vom Fokusatorn ist hierher für unseren wichtigen und vollen Parolen. Ja, Wahlkampfflusschen und den heutigen Taktik wird auch die Strecke schicken bis zur Bundestagswahl. Wir wollen sagen, wir klären für unser eigenes Dörter ein und erklären heute, bitte ist nicht alle Frage, hier kommt wieder ohne Frage. Bitte ist nicht alle Frage, hier kommt wieder ohne Frage. Bitte ist nicht alle Frage, hier kommt wieder ohne Frage. Bitte ist nicht alle Frage, hier wollen wir alles ganz endlich krass machen, aber jetzt wird die Krass! Ich идеe! Gerade bei der dritte Krass Ich habe keine heutige undachräge gemacht. Ich habe ein paar Jahre auf der dritte Krass! Ich habe eine große Herausforderung, wo ich die ersten Tage machen länge, die dritte Krass! Jungenチöpferern, die dritten Krass grühen, der dritte Krass! Also, die dritte Krass, nicht alle. Ja, wie sie nun kommen, diese Krass! Ja, die dritte Krass! Und da dritte Krass! Die dritte Krass! Ich habe eine Art Trigger! Das Dritte Krass! Der dritte Krass! ulus, ich habe eine dritte Krass! Schönen guten Tag junger Mann, ich habe mal eine Frage. Was ist ein I-Run? I-Run? Ich habe das vom letzten Mal gehört. Das heißt wohl, dass jeder präsentiert uns nicht. Schönen Dank! Wir nehmen Bürgermeister auf dem Flugzeug, wir sind auf dem Vater, wir wollen kein Problem mit dem Dreck haben, sondern kein Problem mit dem Aspekt. Ja, damit die Achtung machen Sie herzlich. Danke, 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 danke. Danke, danke. Danke, danke.